Herzlich willkommen zur Vorstellung der neuen Trinotar Version 2022. Mein Name ist Arek Wagner und ich darf Ihnen heute die brandneue Trinotar Version vorstellen. Das Thema heute die neue E-Akte in Trinotar. Sie finden in Zukunft in Ihrer Vorgangsakte einen Eintrag E-Akte. Dies ersetzt die vorherige Anzeige der Dokumente und Unterordner in Briefe, Entwürfe und Sie finden in der E-Akte sämtliche Dateien, Briefe, Entwürfe, externe Dateien, eingescannte Briefe, die Sie in Ihrer Akte hinzugefügt haben und können diese dann sehr effizient und schnell filtern. Wie ich Ihnen im Video digitaler Posteingang schon gezeigt habe, lassen sich sämtlichen Dateien, Dokumenten, Farben und Klassen und Interaktionen zuordnen. Das heißt, man stellt sich selber Filter vor ein. Was ist dieses Dokument? Ist es ein Brief? Woher kommt das Dokument? Ist das von einem Dokument? Ist es selbst erstellt? Ist es selbst produziert? Das lässt sich alles mit diesem Dokument verknüpfen und somit die Filter in der Akte ganz schnell einstellen. Beispielsweise klicke ich hier auf den Filter blau und finde meine Dateien, die oder Dokumente in der Akte, die den Filter von mir blau zugewiesen haben. Blau ist individuell in jedem Notariat zuzuweisen. Man kann das benennen als Entwürfe etc. Unter Klasse lässt sich einstellen, was ist dieses Dokument? Ist es eine Unterlage? Ist es eine Notiz? Ist es ein Entwurf? Dann gehe ich auf Entwurf und filtere mir meine Dokumente, die alle als Entwurf markiert sind. Ich kann die Dokumente anklicken. Das können Word-Dokumente sein, das können PDFs sein, finde eine Vorschau auf dieses Dokument. Das kennen Sie aus der bisherigen Trinotal-Version und kann diese Dokumente öffnen in Word, kann die weiterverarbeiten und mir einem Kollegen, einem Notar, mit einem To-Do zuweisen. Dies werde ich in einem Folgevideo dann vorführen. Des Weiteren lässt sich eine Interaktion pro Datei einstellen. Interaktion heißt, mit wem habe ich dieses Dokument erstellt? Ist es von einem Klient geschickt? Kam es vom Gericht? Ist es Gerichtspost? Das lässt sich alles jedem Dokument zuweisen und so filtere ich mir meine unter Umständen umfangreichen Dokumentenschatz einer Vorgangsakte ganz einfach und schnell und finde so meine Dokumente schnell wieder. Des Weiteren kann ich hier einstellen, welchen Dokumententyp möchte ich mir denn anzeigen lassen? Ist es eine Gesellschafterliste beispielsweise? Ist es ein Anschreiben? Ein Gesellschafterbeschluss? Das sind nur Beispiele. Dokumententypen können Sie selber bestimmen, selber wählen und sämtlichen Ihren Dateien zuweisen. Sind Sie noch Fan von der alten Ordnerstruktur? Lässt sich diese auch wieder einstellen über diesen Ordnerbutton. Da können Sie sagen, ich möchte mir alle Entwürfe, Abwicklung schreiben, ansehen. Das ist dann wie gewohnt, wie in der vorherigen Version eingestellt und sortiert. Sie können sämtliche Dokumente verändern, bearbeiten. Sie können sich neue Ordner anlegen. Sie können sich hier Unterordner anlegen, zum Beispiel neue Ordner, die Sie brauchen. Das lässt sich auch alles sehr gut voreinstellen. Das heißt, wenn Sie einen Entwurf schreiben, können Sie sich diese Schablonen, welche Farbe, Klasse, welche Interaktion soll denn hier zugewiesen werden, können Sie sich selber einstellen. Das zeige ich Ihnen dann gerne in dem nächsten Video zum DMS. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.